jo leute was geht ab bei dieser berg am stadt hier auf meinem kanal mit einem neuen video und zwar wollte ich euch heute mal von der battle pass herausforderung tanzen an verschiedenen verbotenen orte einfach erzählen beziehungsweise ich habe mich erkundigt und euch ein paar screenshots werde ich euch einblenden wo ihr tanzen können bzw diese aufgabe zu erledigen damit ihr ein häkchen da habt wie gesagt ich blende euch das alles ein mit screenshots und da müsst ihr einfach nur tanzen an die schilder einfach tanzen das sind verbotenen schilder und dem ist einfach tanzen wie gesagt und dann habt ihr den auftrag eigentlich schon erledigt und wie gesagt sind fünf verschiedene orte ich habe ich euch auch alle einmal auf der map mit einem pfeil markiert und eingekreist also ihr müsst euch da nur ein bisschen orientieren und falls ihr das video schon gesehen hat beim anderen würde ich mich trotzdem über ein like und abo freuen und falls ihr es noch nicht wusstet würde ich mich trotzdem darüber freuen wenn sie mir in die kommentare schreibt der eine und andere wird schon wissen aber der eine und andere noch nicht wie gesagt ich freue mich auf jeden fall dass ich euch sagen konnte wie gesagt schaut euch an viel spaß damit und viel spaß bei den anderen aufgaben und haut rein bis zum nächsten mal tschüss